Musik Ich schätze es in meinem Leben, wenn mir Menschen einen guten Rat geben. Manchmal brauchen wir gute Ratschläge. Ich brauche sie, weil sie mich manchmal zu mehr anspornen, zu höherem anspornen, zum besseren Verständnis anspornen. Manchmal auch, dass sie mich ermahnen, mich zurückhalten, etwas Falsches zu tun. Denn manchmal ist der Blick von außen, von jemand anderem, anders, als wir selbst die Dinge sehen. Deshalb ist ein guter Rat etwas, was mir persönlich wirklich viel bedeutet. Und ich sehe in der Bibel immer wieder, dass auch Gott uns gute Ratschläge in seinem Wort, durch sein Wort mit auf den Weg geben will. Ratschläge, wie wir unser Leben gestalten sollen. So sind im Neuen Testament viele Briefe geschrieben, die genau dieses Thema beinhalten. Ratschläge. Einfach etwas, was uns im Glaubensleben anspornt, was uns ermutigt, manchmal eine Ermahnung ist. So sehen wir in dem Brief an die Hebräer, dass dort immer wieder so Worte vorkommen wie steht fest, schreitet voran in eine Reife. Damit war gemeint, dass dort Menschen zu dieser Zeit zum Glauben gekommen waren, aber durch die Umstände im Alltag, durch das, was in ihrem Leben gerade so dran war, waren sie wieder abgewichen. Abgewichen von dem guten Glaubensweg, den sie eingeschlagen hatten. Und es war auch eine Ermahnung an die Hebräer, dass sie nicht wieder in die alten Wege, in die alten Sünden zurückfallen sollten. Sie sollten meiden, was in ihrem alten Leben gewesen ist. Sie sollten wegschauen von der Sünde, sich umkehren von der Sünde und in den Glauben an Jesus Christus kommen, in dem Glauben reif werden, voranschreiten, fest stehen bleiben. Und diese Ratschläge und diese Ermahnungen, die dort geschrieben sind, die sind auch gültig für uns heute. Dort lesen wir, ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Und ich glaube, dass heute ein Tag ist, wo du ganz neu hörst, dieses Wort zum Glauben, dich umzuwenden von dem, was in deinem Alltag Priorität vielleicht mittlerweile gefunden hat, dich abzuwenden von dem, was Sünde in deinem Leben gewesen ist und wieder hinzuschauen auf den, der der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Wenn du heute diese Botschaft hörst, ergreife wirklich diesen Moment der Umkehr und diesen guten Ratschlag, diese Ermahnung, Erfrischung, dieses Hinwenden wieder im Glauben an Jesus Christus. Und erfasse das im Glauben, dass es für dich heute heißt, wo du neu anfangen kannst. Wir wünschen dir, dass du erlebst, Gott hat mehr für mich.